die und er ist aus der fünf Sekunden zurückzukommen ja aber bei fünf beginnt das spiel schon so wir waren das so ich setz das ich nehm den bei mir auf den platz den haue ich schon mal weg du aus anbred weg ja toll ich konnte meinen jetzt nicht weghauen weil du gerade in der parade drin warst deswegen muss ich den jetzt einmal rumlocken können ja mal versuchen die zusammen zu locken beide nach oben komm zu mir ja dazu knallt nein kommst du zu mir bei mir sind die beide ich hau meinen hier nicht mal weg warte noch nicht noch nicht ich hätte nämlich meinen gerade rausgenommen ja und scheiß drauf warte den kriegen wir auch so zerfickt flash friss noch mehr ja muss er auf einen punkt machen so jetzt kommt die ganz perversen säcke an anfängt jetzt in der runde kommen die richtig perverse säcke die schon die halben juggernauten die halben juggernauten ich hole mir jetzt die zweite jetzt gehst du überall mit ein paar claimers hin ne 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 das bringt nicht gleich zwei gleichzeitig zu haben hast du viel weniger Mut ist mir so aufgefallen ist mir so aufgefallen Team großer feindlicher Truppe bewegt sich auf ihrer Position zu und auch so ein paar claimer leg schwuchteln und so und jetzt einfach durch alle claimers durchlaufen keine hitmarker bekommen keine hitmarker bekommen nur hitmarker bekommen und leg dich hin man chill deine base und schieß den Einzelschuss das ist munitionsparend die 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 zur so ich habe jetzt an der Einstelle drei Klaimers übereinander gesetzt. Mal gucken, ob die wenigstens was bringen. Boah, Alter. Chill an der Base. Jetzt haben wir gesprengt, weil uns stört das hier eh nicht, weil wir nicht rumlaufen. Ja, also drei Klaimers bringen einen so einen Schmuck. Oh, ich habe gerade noch eine Klaimers. Ja, wenn ich aber gerade nach... Nein, ich will ja kein Heftpark uns lassen. Was, danke. Danke. Ich habe deine LVD gebeten. Ich habe eine LVD-Fahrer gebeten. Oh. Ne, die haben jetzt auch LVDs. Ich habe keine Munen mehr. Ja. Aber für fünf Schuss. Boah. Okay, ich bin auf einmal durch. Wird ich wieder welche haben. Und eine Headshot zu geben. Die überleben Headshots. Ja, die haben mir auch Helme auf. Wieso? Wir auch. Boah, alles steht da noch mal. Ich auch. Aber ich habe eine bessere Präzision dazu. Ich habe 26% nur 25. Boah, das ist ein bisschen Präzision. Fuck dir nice, ey. Ah. Oh, bald bin ich LV 49. Da habe ich noch Red, aber das bringt mir auch nicht viel. Ja, ich bin 50 und dann kannst du Extrembedingungen geben. Sein Slip. Ah ja, Fingerfähigkeit. Ne, dann kann ich mir Fingerfertigkeit holen. Das wäre ja. Extrembedingungen kann ich schon. Jetzt kommt gleich 100 Providenz. Jetzt kommt noch Helis dazu. Ja, deswegen ja. Aber wenn wir keine Munen haben, stören wir uns trotzdem. Aber halt, später können wir uns hin. Da geht meine Präzision drauf. Ja. Ja. Ist ja doch froh, wenn oben keine langkommt. Aber ich glaube, es werden ja, es kommen welche von oben. Total ehrlich. Jetzt bei dir sehr brenzlig wird, kann ich schnell umswitchen. Aber... Ja, da ist es nicht so, aber der kann uns ja jetzt erst mal im Arsch vorbeigehen. Ja, da kommt einer bei mir. Da kommt einer bei mir. Das geht mir auch auf der Saar. Oh, ich habe noch genug Munen. Das geht mir auch auf der Saar. Hm, mich hat er aber nicht gesagt. Doch, können Sie. Ich habe es auch schon gehabt, dass... Ich glaube Lars oder irgendwer ist durch... Ähm, Clemens. Wir müssen nächste Runde... Müssen wir mal ganz schnell... ...hinrushen und uns eine Selbstwiederbelebung holen. Okay, ich bin schon schon gestoppt. Ich bin schon gestoppt. Ich bin schon gestoppt. Ja, Motherfucker... Burn... Von hinten. Ich bin schon gestoppt. Wer bewegt sich da gerade noch? Übrigens kannst du die drei viermal messern bis die drauf gehen. Ich kümmere mich schon mal um Heli. Ja das hab ich ja auch. Mein Heli alter Geil. Ich bin einmal außen rumgelaufen. Nein ich muss nach nach. Es ist 25 dann müssten wir doch eigentlich gehen können. Boah dann wären da schon vier. Eigentlich nicht. Naja trotzdem ich hab ich hab jetzt keine Belebung aber das ist jetzt auch scheißegal. Nein. Ja das schaffen wir never. Und wenn die uns so dann also auf dem Weg treffen dann sind wir im Arsch. Geil. Ne kommt kein ABA. Feindliche Hunde sind in der Nähe. Vorsicht. Sprengstau. Aufpassen weg da. Ah. Wär ich jetzt nicht drauf gekommen. Was setzt du dich direkt vor mich? Boah brutaler Multikiller und so. Oh fuck. Wir sind jetzt Nate direkt in der Presse geflungen. Muss ich beleben. Von hinten kommt nur Hund. Die Tastung beleben. Ja. Ich hab keine Chance hier. Sie funden Scheiß drauf. Dass ich anschließend wie sonst was tun kann. Es ging doch nicht. Ja. Mir lebt nicht einfach. Ist egal. Hauptsache ja. Neue Höchstpunktzahl. Wir sind bis Level 25 oder so gekommen. Ja. Bei mir ist es keine neue Höchstpunktzahl. Ja. Das war's dann. Wir sind gestorben. Ja. Tut uns leid.